Hallo, ich begrüße Sie zu meiner Präsentation Interaktive Whiteboards im Inverted Classroom, unserem Lehr- und Lernkonzept, bei dem das interaktive Whiteboard eine zentrale Rolle spielt. Beim Inverted Classroom handelt es sich um die universitäre Variante des umgedrehten Unterrichts, bei dem die Inhaltserschließung komplett online erfolgt und die nachgeschaltete Präsenzphase nahezu ausschließlich zum Üben dient. Unsere Besonderheit? Nun, wir nutzen das Inverted Classroom Model in der von uns entwickelten und mittlerweile preisgekrönten Variante des Mastery Learning, bei dem zwischen der Online-Phase und der Präsenzphase ausgeklügelte, formative Tests zwischengeschaltet sind, mit denen die Studierenden vor Beginn der Präsenzphase ihren Kenntnisstand, ihren Mastery Level nachweisen können. Und wir als Dozenten erhalten somit ein Bild, wie gut vorbereitet unsere Studierenden in die Präsenzphase kommen. Die Tests können dabei beliebig oft wiederholt werden. Der Mastery Level übrigens liegt bei unseren Kursen durchschnittlich bei fast 70 Prozent. Das heißt 70 Prozent, nicht nur der in der Präsenzphase Anwesenden, sondern aller Studierenden kommen top vorbereitet in die Präsenzphase. Ein enorm hoher Wert. Allerdings gibt es immer auch Studierende, die keinen Mastery Nachweis erbracht haben, da sie entweder die Tests nicht bestanden haben oder sich überhaupt nicht mit den angebotenen digitalen Materialien befasst haben. Aber dieser Prozentsatz ist relativ gering und kann in der Präsenzphase mit speziellem Übungsmaterial bewältigt werden. Zusammengefasst, es gibt zwei Phasen der Lehre. Die Online-Phase der Inhaltsvermittlung und Erschließung. Die Präsenzphase zum Üben und Vertiefen des Stoffes. Und in beiden Phasen nutze ich ein interaktives Whiteboard. Dabei gibt es völlig unterschiedliche Nutzungsvarianten. In der ersten Phase bildet das interaktive Whiteboard das Rückgrat für die Erzeugung unserer Lehrvideos, den sogenannten Electronic oder E-Lectures. Dabei handelt es sich um per Skript durchgeplante Präsentation der Inhalte zu einem bestimmten Themengebiet. Genauso wie ich das jetzt gerade mache. Zusammen mit den multimedialen Elementen unserer Lernplattform, dem Virtual Linguistics Campus oder auch dem virtuellen Zentrum für Lehrerbildung, bilden die Lehrvideos die Basis für die Inhaltserschließung in Phase 1. Der Einsatz des interaktiven Whiteboards in der nachgeschalteten Präsenzphase ist ein völlig anderer. Hier wird nun nicht mehr präsentiert, sondern geübt. Und die Ergebnisse des Übens müssen gesichert werden. Daher ist die Hauptnutzungsart des interaktiven Whiteboards in dieser Phase eine der Ergebnissicherung. Dass dabei völlig andere Funktionen des Boards genutzt werden, als in der Präsentationsphase dürfte auf der Hand liegen. Schauen wir uns diese beiden Szenarien nun einmal näher an und beginnen mit der Präsentationsphase im Rahmen der Erzeugung von Lehrvideos. Um eine Präsentation vor einem interaktiven Whiteboard in ein Lehrvideo zu überführen, bedarf es einer Reihe von Rahmenbedingungen. Eine recht banale ist die der Verfügbarkeit. Um umständliches Aufbauen bzw. Vorplanungen oder auch Raumreservierungen zu vermeiden, ist es ratsam, alle Lehrvideos an einem festen Ort mit festem Equipment zu produzieren. In meinem Fall ist das ein fest installiertes Activeboard, das mir die Firma Prometheon freundlicherweise in meinem Büro installiert hat. Wir befinden uns also hier in meinem Büro. Dann benötigen Sie eine spezielle Ausstattung. Aufnahmen vor einem interaktiven Whiteboard haben einen unangenehmen Effekt. Das Board, dieses Board hier ist so hell, dass der gesamte Vordergrund inklusive des Vortragenden überstrahlt wird. Das lässt sich nur mit einer Studiolampentechnik lösen. Ich stehe hier zurzeit angestrahlt von drei jeweils 1000 Watt Lampen. Es ist ziemlich warm, ich trage deshalb ein Polo-Shirt, aber Sie können mich sehen. Ja und ohne Licht würden Sie mich nur als dunklen Schatten wahrnehmen. Die Präsentation bedarf einer intensiven Vorplanung. Die Präsentation, die Sie hier gerade sehen, hat ohne den Text, den ich stichpunktartig vor mir liegen habe, mehrere Stunden in Anspruch genommen. Und dabei sind unter anderem folgende Aspekte zu berücksichtigen. Sie sollten einen Freiraum für das spätere Sprecherbild reservieren. Hier unten erscheint immer das Sprecherbild bei mir. Sie sollten den gesamten Präsentationsbereich anpassen an die geplante Videogröße und man sollte möglichst wenige Funktionswechsel, das heißt Farbwechsel oder Formen vornehmen, um die Präsentation möglichst kompakt zu halten. Ja und dann müssen Sie das Ganze auch noch nachbereiten, damit den Lernern nicht nur das fertige Video, sondern auch die während der Videoproduktion entstehende Präsentation zur Nachbearbeitung bereitgestellt wird. Sie müssen also die Daten exportieren und in irgendeiner Form Ihren Teilnehmern bereitstellen. Um diese Präsentation möglichst kompakt zu halten und damit das Video relativ kurz, kann auf einige typische Bordfunktionen verzichtet werden, während andere wesentlich sind. So sind zum Beispiel all die Funktionen überflüssig, die ein Kontextmenü anzeigen. Ein Kontextmenü wäre so etwas. Hier oben sehen Sie Dinge, die Sie vielleicht gar nicht sehen wollen und diese manchmal auch noch durch so etwas verstärken können. Das wollen Sie natürlich während der Präsentation überhaupt nicht sehen. Auch die Radier- oder Schwammfunktion sollte vermieden werden, es sei denn, man baut sie aus didaktischen Gründen ein, um Objekte erst mal zu schreiben und anschließend sofort wieder zu löschen. Demgegenüber stehen alle diejenigen Funktionen, die zum Verbergen oder Aufdecken von Gegenständen dienen können. Ich benutze dafür vorab definierte Schaltflächen. Andere Möglichkeiten sind diejenigen, per Mausklick oder per Klick auf ein Objekt anzuzeigen. Hinzu kommen Effekte wie das Markieren und Schreiben, ich habe es bereits getan, oder auch Drag-and-Drop-Effekte, durch die Sie Gegenstände durch einfache Berührung verschieben können. Das sind Elemente, die der Präsentation gewisse handwerkliche Aspekte hinzufügen. Soweit zur Nutzung des Boards zur Videoproduktion, bei dem übrigens unter Nutzung der Software Camtasia Studio von TechSmith, der Board-Content in meinem Fall als Screencast abgegriffen wird und später das Kamerabild hinzugemischt wird. Kommen wir zur Phase der Ergebnissicherung. In dieser Phase wird das interaktive Whiteboard nur in ganz geringem Umfang, zum Beispiel beim Auftakt zu Präsentationszwecken benutzt. Ich nutze es hier in dem Fall, wie wir noch sehen werden, um die Lernziele anzuzeigen oder das Vorwissen zu definieren. Anschließend allerdings gehe ich fast vollständig zur Sicherung der Ergebnisse und zum gemeinsamen Üben über. Dabei werden die Teilnehmer der Präsenzphase verstärkt in die Arbeit am interaktiven Whiteboard mit einbezogen. Und hier sehen Sie nochmal, wenn Sie eine solche Arbeit fotografieren, dann sind die Personen vor dem Board nur als dunkle Schatten sichtbar. Der in dieser Phase benötigte Board-Content ist somit eine Mischung aus einigen wenigen vorgefertigten Präsentationsanteilen und zahlreichen Elementen, die im Unterricht in Kollaboration entstehen. Üblicherweise wird der so entstehende Board-Content den Kursteilnehmern jeweils im Anschluss an die Präsenzphase als PDF-Dokument bereitgestellt. Schauen wir uns das Ganze auf der Basis einer ausgewählten Lerneinheit aus meinem Kurs Phonetics, Phonology und Transcription an. Ich habe mal die Lerneinheit Vowels ausgesucht. Meine Präsenzphase beginnt wie im traditionellen Unterricht mit einer leeren, sauberen Tafel. Das hat seinen Grund. Ich nehme nichts vorweg. Ich überfrachte meine Studierenden nicht schon vor Beginn mit Informationen und ich erhalte mir die Möglichkeit, auf der sauberen Tafel Informationen zu platzieren, wie zum Beispiel wichtige Termine Donnerstag Raum 01 F07. Das kann ich abspeichern oder auch Hinweise auf andere Ereignisse, die im Zusammenhang mit unserem Kurs eine Rolle spielen. Im Anschluss an diese kurze Auftaktsphase erfolgen zwei sehr kurze, sehr einfache vor der Präsenzphase erstellte Präsentationselemente. Dabei handelt es sich zum einen um die Anzeige der Lernziele, die wie in jeder Lerneinheit üblich und in jedem traditionellen Unterricht üblich zu Beginn der Präsenzphase definiert werden. Und schließlich präsentiere ich auch noch das benötigte Vorwissen, die Prerequisites, wie es hier steht. Dieses Vorwissen ist nötig, um nun die folgenden Übungen im Inverted Classroom Szenario auch vernünftig durcharbeiten zu können. Auch wenn, wie erwähnt, der Mastery Level in unserem Inverted Classroom Model basierten Lehrveranstaltungen bei ca. 70% liegt, halten wir es für wichtig, den Teilnehmern der Präsenzphase die benötigten Vorkenntnisse klarzumachen. Um absolut sicherzugehen, dass die benötigten Vorkenntnisse auch verinnerlicht wurden, stellen wir mit unseren Activote Student Response Systems, diesen Klickersystemen, zusätzlich immer noch drei sehr schwierige inhaltsbezogene Fragen, die primär Transferwissen abrufen sollen. Die Fragen werden nacheinander präsentiert und zusammen mit den jeweiligen Ergebnissen festgehalten. Übrigens liegt auch hier der durchschnittliche Mastery Level bei diesen sehr, sehr schwierigen Fragen weit über 60%. Mit diesem Auftakt, der insgesamt selten mehr als 10 Minuten einnimmt, geht es nun in die eigentliche Übungsphase. Dazu gibt es eine Reihe von Übungsaufgaben, die fester Bestandteil unserer multimedialen Lehr- und Lernszenarien sind, die sogenannten Practicals. Hier sehen Sie solche Fragen, die vordefiniert sind und den Studierenden bereits vorliegen, auf ihren mobilen Endgeräten, die sie selbstverständlicherweise mitbringen dürfen, als Ausdruck. Und zusätzlich werden diese Fragen, wie Sie hier sehen, auf dem interaktiven Whiteboard angezeigt. Und diese Fragen gilt es nun gemeinsam zu bearbeiten. Die Ergebnisse, die werden gesichert und damit kommt es zum eigentlichen Prozess der Ergebnissicherung. Und dabei kommen folgende Funktionen des interaktiven Whiteboards zum Einsatz. Zum einen das Schreiben und Markieren. Also Sie schreiben schlicht und einfach auf gleich Bilabial Plosive zum Beispiel. Und Sie markieren dann entsprechende Dinge, indem Sie es unterstreichen oder um Rahmen verschiedene Möglichkeiten des Schreibens oder Markierens. Übrigens, wenn Studierende am Bord schreiben, haben Sie beim Erstkontakt oft Probleme. Mein Tipp hier ist, lassen Sie die Studierenden Dinge zunächst mal sehr groß schreiben. Markieren Sie das Ganze später, dann haben es die Studierenden wesentlich leichter. Gut, das benötigen wir hier nicht mehr. Das war nur ein kleiner Tipp am Rande. Oft benötigt man beim Schreiben und Markieren vorgefertigte Elemente, wie hier zum Beispiel Teile des Vokaltraktes. Ich kann also hier ein Element mir schon mal auswählen, was ich vorgefertigt hatte. Und kann dort gewisse Markierungen vornehmen, zum Beispiel indem ich sage, das hier ist die Position Alveolar, das hier ist die Position Bilabial und so weiter und so fort. Diese Nutzung externer Daten, vorgefertigter Daten, ist nahezu unverzichtbar in dieser Phase der Ergebnissicherung. Eine typische Aufgabe ist zum Beispiel, Sie nehmen sich ein vorgefertigtes Diagramm, um es nicht immer wieder neu zeichnen zu müssen, legen dann eine einfache Figur an, zum Beispiel ein solches Rechteck und bitten die Studierenden dieses Rechteck, dass sie vorab klonen. Das heißt, sie erlauben Kopien mit der Maus und können nun Studierende nach vorne bitten und sagen, zieht mir doch mal dieses Rechteck auf die Position des Vokals I. Das wäre so etwas. Dann kommt ein anderer Student nach vorne und definiert einen Vokal im unteren Bereich, zum Beispiel diesen hier, das sogenannte Ash. Wir sehen also vorgefertigte Elemente, die Positionierung von Elementen auf Diagrammen, die Endloskopierfunktion oder Klonfunktion sind typische Elemente dieser Ergebnissicherung. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Texten zu arbeiten. Texte anzuzeigen, das wird vorgefertigt, in den Texten Markierungen vorzunehmen und so weiter und so fort. Auch das geschieht selbstverständlich zusammen mit den Studierenden, die immer wieder nach vorne kommen und an diesen Texten arbeiten. Wie schon im Präsentationsmodus werden auch im Modus der Ergebnissicherung einige Werkzeuge benötigt, während andere völlig überflüssig sind. So sind zum Beispiel die Schrifterkennung hier dargestellt oder der Vorhang Funktionen, die keinen großen Mehrwert für die Phase der Ergebnissicherung bilden. Und auch die direkte Verknüpfung mit Internetverweisen, wie hier dargestellt, kann man separat gewährleisten, indem man die benötigte Software vorher startet. Dringend benötigt dagegen werden alle Stift- und Markierungsoptionen, die das Board zur Verfügung stellt. Tja, und am Ende, am Ende der Präsentation wird der benötigte Board-Content zunächst gespeichert, dann in das PDF-Format überführt und schließlich in geeigneter Form, wie hier im Virtual Linguistics Campus, den Teilnehmern bereitgestellt oder versandt. So können Sie jederzeit auf die gemeinsam produzierten Ergebnisse zurückgreifen. Nun, ich hoffe, ich konnte zeigen, dass die Nutzung von interaktiven Whiteboards im Inverted Classroom nahezu unverzichtbar ist und zwei völlig verschiedene Einsatzszenarien beinhaltet. Die Präsentationsfunktion für die Erstellung der Lehrvideos und die Funktion der Ergebnissicherung für die Präsenzphase. In beiden Fällen können die Nutzer auf den entstandenen Board-Content zugreifen und somit die Phasen des Inverted Classroom auch in Printform abrufen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.